Vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster wird ab heute das Verfahren Alternative für Deutschland gegen die Bundesrepublik Deutschland verhandelt. Gegenstand dieser Berufungsverhandlung der AfD ist die Frage, darf der Verfassungsschutz die Partei als Rechtsextremismusverdachtsfall einstufen oder nicht. Außerdem geht es um die Einstufung des bereits aufgelösten Flügels der AfD als gesichert extremistische Bestrebungen und die der Jugendorganisation Junge Alternative als Verdachtsfall. Die Verhandlung wird mit Spannung erwartet, da sie zu weitreichenden Konsequenzen führen könnte. Zuvor hatte das Verwaltungsgericht in Köln im März 2022 die Einstufung und Beobachtung für rechtens erklärt. Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster ist heute Morgen erfolgt, also vor, jetzt wo ich das Video aufnehme, vor ungefähr 15 Minuten. Und das Gericht folgt der Einschätzung des Bundesverfassungsschutzes, dass die AfD als Gesamtpartei ein Verdachtsfall ist. Ein extremistischer Verdachtsfall. So, die Medien letztendlich haben den geneigten Leser da auch schon im Vorfeld, sagen wir mal so ein bisschen in diese Richtung, ja, buxiert. Unter anderem vor allem aber auch die Öffentlich-Rechtlichen. Die ARD zum Beispiel mit dem Bericht aus Berlin oder das ZDF mit der Frage, ja, die AfD, ein Verdachtsfall. Und seien wir mal ehrlich, ein anderes Urteil hat wohl kaum jemand erwartet. Vor allem, ja, nicht nach dem jetzt auch, was in den letzten vier bis sechs Wochen durch die Medien über die AfD publiziert wurde. Und damit herzlich willkommen in meiner kleinen News-Küche zu eurem täglichen News-Update. Und ja, ich konnte jetzt auch endlich mal nach gefühlten 500 Videos in meinem Titel eine Eilmeldung schreiben. Denn die Meldung, dass das Oberverwaltungsgericht in Münster das Urteil gesprochen und damit dem Bundesverfassungs, entschuldigt, dem Bundesamt für Verfassungsschutz recht gegeben hat, das ist gerade mal so 15, 20 Minuten alt. Und wir schauen uns hier heute jetzt einmal im Video an, welche Folgen dies für die AfD als Gesamtpartei denn nun haben wird. Und ich weise auch nochmal im Vorfeld darauf hin, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ja, und falls da jetzt irgendwie noch Fragen aufkommen sollten oder Gedanken so, hä, was erzählt der denn da? Das ist noch gar nicht rechtskräftig. Es geht jetzt prinzipiell erstmal darum, was sind jetzt die nächsten, in Anführungsstrichen, Eskalationsstufen. So bringt zum Beispiel das ZDF einen Artikel heraus oder brachte das ZDF einen Artikel heraus mit der Frage, die AfD ein Verdachtsfall. So, und was dann dementsprechend aus einem Urteil folgen könnte. Ja, der nächste Schritt wäre, und das kündigte der Verfassungsschutz auch an, direkt nach dem Urteil die AfD nochmal eine Stufe höher zu setzen. Also sprich von Verdachtsfall, also extremistischer Verdachtsfall, das ist Stufe 2 beim Verfassungsschutz, auf Stufe 3 zu heben und zwar als gesichert rechtsextremistisch. Und damit soll diese Partei eine wirkliche Gefahr für die freiheitliche demokratische Grundordnung in diesem Land darstellen. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt bei der ganzen Geschichte wäre, dass dann nun auch, also wenn der Verfassungsschutz das tut, also sprich Stufe 3 aktiviert, möchte ich jetzt mal sagen, dass dann auch Beamte aus ihrem Beamtenverhältnis entlassen werden können. Also Soldaten, Richter, Polizeibeamte und so weiter, wenn sie sich offen zur AfD bekennen. Denn wenn man Beamter hier in Deutschland sein möchte und auch bleiben will, muss man sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Ja und wenn man dann sagt, dass die AfD halt Bestrebungen hat, diese freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen, dann passt das halt auch hier in Deutschland wohl mit dem Beamtenverhältnis nicht mehr überein. Der nächste Punkt wäre, dass die Einstufung jetzt beziehungsweise einmal das Urteil und dann die zukünftige Einstufung natürlich auch Munition für ein Parteiverbotsverfahren gegenüber der AfD geben wird. Das wird nicht sofort passieren, das wird noch Monate, wenn nicht sogar Jahre dauern, aber man wird auch Rückgriffe auf dieses Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster ziehen. Und auch in der ARD, also genauer gesagt im Bericht aus Berlin, ja da war das Thema AfD und Verbot und Übergriffe auf Politiker und so weiter auch das Thema. Und eingeladen war dort der Präsident des Landesverfassungsschutzamtes aus Thüringen oder in Thüringen besser gesagt, Stefan Kramer. So und jetzt für alle, die dann sagen, du vermischt Meinungen und Fakten, Achtung, persönliche Meinung. Natürlich darf jemand wie Stefan Kramer auch seine persönliche Meinung haben, das ist überhaupt kein Problem. Er kann ja auch, was weiß ich, denken und tun und lassen, was er möchte. Allerdings halte ich persönlich es für nicht unbedingt angebracht, dass ein so ranghoher Beamter mit so einer weitreichenden Kompetenz sich zum Beispiel Organisationen bzw. NGOs wie der Antonio Amadeo Stiftung anschließt bzw. dort halt als Mitglied gilt und auch dementsprechend öffentlich auf der Seite dort als Mitglied geführt wird. Ich persönlich finde, dass solche Personen, ob sie jetzt nun beim Verfassungsschutz arbeiten oder auch wie auch immer gehandhabt, jetzt zum Beispiel Präsident einer Polizeigewerkschaft oder Vorsitzende einer Polizeigewerkschaft sind oder sonst irgendwas, dass die sich zur absoluten Neutralität verpflichten sollten. Wie gesagt, persönliche Meinung. Aber auf jeden Fall geht Stefan Kramer darauf ein und zeigt einmal auf oder möchte einmal aufzeigen, besser gesagt, was jetzt nun passieren würde, wenn jetzt hier in Deutschland zum Beispiel die AfD in Regierungsverantwortung kommen würde. Die Frage ist, ich möchte links und rechts hier nicht gleichsetzen, das kann man weder ideologisch noch von der Intensität. Richtig ist aber, dass momentan der Rechtsextremismus, weil es eben über neue Rechte und verschiedene Gruppierungen bis hin zur AfD gelungen ist, soziale Räume in den letzten Jahren zu erobern, ich meine, man sitzt immerhin in allen Parlamenten, doch eine deutlichere Bedrohung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung ausgeht. Denn wir haben in anderen Ländern gesehen, was passiert, wenn solche Rechtsextremisten dann tatsächlich in Regierungsverantwortung oder Mitgestaltung sind. Sie ändern unser Justizsystem, sie ändern die freie Meinungsäußerung, ja, sie ändern sogar die Medienlandschaft. Da werden sicherlich manche jetzt klatschen, die kritisch mit dieser Medienlandschaft umgehen. Aber am Ende des Tages ist das ein weniger für Demokratie und offene Gesellschaft. Und wir haben das, ich muss jetzt auch keine Länder nennen, die sind, glaube ich, hinreichend bekannt, gesehen, zu was das führen kann. Und ich kann zwar nicht in die Köpfe der Richter beim Oberverwaltungsgericht in Münster hineinschauen, aber sicherlich war das auch einer der Gedanken, den diese Richter bei ihrer Urteilsfindung gehabt haben müssen. Ja, das Urteil bedeutet jetzt natürlich nicht, dass die AfD von heute auf Bohrung verboten wird oder nicht mehr zu Wahlen antreten darf oder sonst irgendwie etwas Vergleichbares. Und sicherlich wird sie auch, ja, bei der Europawahl dabei sein. Sie wird auch natürlich jetzt bei der Wahl in Thüringen dabei sein. Und bei der Wahl in Thüringen, trotz oder vielleicht auch jetzt gerade wegen dieses Urteils, hat die AfD, auch wenn es nur wirklich sehr, sehr geringe Chancen sind, eine Chance auf eine Regierungsbeteiligung. Und da wurde der Präsident des Verfassungsschutzes in Thüringen, also Stefan Kramer, auch gefragt, im Bericht aus Berlin, wie er dann darauf reagieren würde. Ja, und für mich persönlich, für mich persönlich bedeutet seine Antwort irgendwie so ein persönliches Eingeständnis, dass er dann in irgendeiner Art und Weise sein Ziel verfehlt hätte. Würden Sie Verantwortung übernehmen, wenn in Thüringen Verfassungsfeinde an die Macht kommen? Das ist eine sehr schwierige Frage, aber ich stelle sie trotzdem, weil es nochmal den Blick auf den Herbst richtet, wo ja in der Tat im Moment laut Umfragen die AfD die stärkste Kraft ist, auch wenn die natürlich, das muss man immer dazu sagen, jeder Koalitionspartner fehlt im Moment. Alles in allem kann ich aber nur sagen, ja, wir übernehmen diese Verantwortung, wir haben früh davor gewarnt. Ob es am Ende reicht, werden wir an den Wahlurnen sehen, bis dahin ist auch noch ein bisschen Zeit. Deswegen wäre ich vorsichtig mit einem voreiligen Urteil, aber es ist auch kein Geheimnis, dass ich gesagt habe, sollten die Bürgerinnen und Bürger sich so entscheiden, dass diese Partei Regierungsverantwortung übernimmt, dann ist das das freie Recht des Wählers. Aber dann habe ich genauso das freie Recht als Bürger dieses Landes zu sagen, da mache ich nicht mehr weiter mit, dann gehe ich. Allerdings heißt das nicht, dass ich bis zum Wahltag nicht alles tun werde, um im Rahmen meiner gesetzlichen Möglichkeiten und Bürgerpflichten mich hier gegen diesen Extremismusangriff zur Wehr zu setzen. Ja, und damit, meine Lieben, mein Fazit. Das Urteil gegenüber der AfD ist noch nicht rechtskräftig. Sie hat immer noch Mittel und Wege und auch rechtliche Möglichkeiten, gegen dieses Urteil des Oberverwaltungsgerichtes in Münster anzugehen. Und sie wird mit Sicherheit auch genau das tun. Auf der anderen Seite steht jetzt im Grunde genommen schon mal fest, dass die anderen Parteien, egal ob Grüne, SPD, CDU oder wie auch immer, sich genau auf dieses Urteil berufen werden. Und zwar direkt ab heute. Das wird ab heute losgehen. Wir befinden uns nämlich mitten im Wahlkampf. Und da wird jeder noch so kleine Strohhalm und jede Verfehlung der anderen Partei genutzt, um diese Partei zu diskreditieren. Was mich da in derlei Hinsicht eigentlich wundert, ist, dass diese ganze Schleuseraffäre um die CDU in Nordrhein-Westfalen und Wüst und lalala, dass das gar nicht so der großartige mediale Aufreger ist und dass das alles so ein bisschen auf kleiner Flamme gekocht wird. Aber, na, ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Auf jeden Fall wird es noch Monate, wenn nicht sogar Jahre, so weitergehen. Und wie das Ende der ganzen Geschichte sein wird, ob am Ende wirklich ein Verbotsverfahren gegenüber der AfD, also ein Parteiverbotsverfahren eröffnet wird, oder ob es doch irgendwie alles in andere Richtungen und andere Wege gehen wird, das kann ich nicht sagen. Also dafür ist meine Glaskugel leider nicht wirklich gut genug. Aber von daher, ich sagte es bereits Anfang diesen Jahres, dass 2024 ein unglaublich spannendes Wahljahr wird. Und ich bleibe immer noch bei dieser Einschätzung. Und vor allem wird sich in der Politik anscheinend wohl wirklich viel ändern. Ja, und dann wollen wir einfach mal gucken, was jetzt so die nächsten Schritte sein werden. Von daher, meine Lieben, danke ich euch wieder recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen noch einen wirklich tollen Tag, beste Gesundheit. Und ich bin im Übrigen der Meinung, dass eine Regierung, die 68,8 Milliarden Euro in über 8.000 Projekten in 110 Ländern dieser Erde und 48,2 Milliarden Euro auf Grundlage der illegalen Migration hier in Deutschland ausgibt, aber uns allen sagt, dass wir nun alle den Gürtel enger schnallen und mehr Steuern zahlen sollen, einfach abgewählt gehört.